Hier drüben, bei der Leader Position, brauchen schon Baldrian-Tropfen? Ich glaube, ich brauche etwas stärkeres als Baldrian. Boah, ich war heute ganz noch eigentlich bald nervös, aber jetzt fast zu reißen. Eine Fahrt, die Sie denn wie analysieren? Ja, ich bin runter und habe im Zug gedacht. Ich meine, es war zwar der 1er, aber ich habe mir gedacht, nein, das war irgendwie zu wenig. Ich habe schon einen guten Zug gehabt, aber 1er Passage war einfach rachialer, gnadenloser gegangen. Und ja, keine Ahnung, warum ist ein Dauerpark genommen, aber ich habe es noch zu 100 Prozent. Ah ja, ich hoffe halt, dass das ausgehört.